Hallo ihr Lieben, hier ist seit längerer Zeit mal wieder Eri Ferry Flowery, Erika mein Name, für Fairy Tales Märschen und Flowery, weil ich so gerne Blumen mag. Ja, heute kam mir ganz intuitiv wieder der Wunsch, ein Märchen vorzulesen. Wieder von meinem liebsten Märchenbuch Die Farben der Wirklichkeit vom Lucy Körner Verlag und diesmal ein Märchen, das heißt Die Bezauberte Frau von Roland Kübler. In einem Land, das auch heute noch den meisten Menschen bekannt ist, lebte eine junge, hübsche Frau. Viele Männer blickten ihr hinterher, denn da war etwas an ihrem Gang und an ihrer Art, mit den Augen Geschichten anzudeuten, das den Männern geheimnisvoll und lockend schien. Die Frau wusste um diese Wirkung, nahm die Komplimente und blickete der Männer lächelnd hin, verwehrte jedoch allen den Zugang zu ihrem wahren Inneren. Sie wollte den einen finden, der ihr Alice geben konnte. Sie war auf der Suche nach ihrem Märchenprinzen. Lange Zeit war sie deshalb allein, saß oft abends in ihrem Zimmer und war traurig. Ihr Entschluss aber war unumstößlich. Mit diesen Männern, die ihr auf der Straße Andeutungen nachpfiffen, sie mit Worten umschmeichelten und ihr vieles versprachen, wollte sie nichts zu tun haben. Eines Abends jedoch, die Frau war auf dem Weg nach Hause und grübelte wieder einmal darüber nach, dass sie den Richtigen noch immer nicht gefunden hatte, sprach sie ein Fremder an. Dein Gang ist so müde und deine Wimpern wischen über Traurigkeit. Ich will dir etwas zeigen. Pass genau auf. Er stellte sich unter eine kleine Straßenlaterne und wurmerte seltsame Worte. Die junge Frau wurde neugierig. Sie konnte sich nicht vorstellen, was sie jener seltsame Fremde hätte zeigen können. Plötzlich fuhr sich dieser durch das Haar und auf einmal schwebten aus seinem Kopf drei kleine, farbig glänzende Luftballons. Die Frau öffnete den Mund und staunte. Sie vergaß ihre Traurigkeit und schaute mit kindlich leuchtenden Augen. Der Mann lächelte sie an, mummelte ein Wort und sofort zerplassen die drei Ballons. Aus jedem fiel ein kleiner, bunter Blumenstrauß in die Hände des Mannes. Sachte überreichte er der atemlosen Frau die Blumen und lachte sie verschmitzt an. Siehst du, so einfach ist es, aus der Traurigkeit ein Lachen zu zaubern. Die junge Frau fand keine Worte, wusste aber plötzlich, das war keiner von diesen gewöhnlichen Männern. Noch am selben Abend beschlossen, die beiden zusammenzubleiben. Die junge Frau war glücklich, lachte sie einmal nicht, zauberte der Mann Luftballons aus seinem Kopf, die mit leichtem Knall platzten und leuchtenden Blumen enthüllten. Mit der Zeit füllte sich die ganze Wohnung mit diesen Blumen. Sie wusste schon gar nicht mehr, worin sie die neuen stellen sollte. Und eines Tages gefielen ihr die Blumen einfach nicht mehr. Auch die Luftballons gingen ihr mehr und mehr auf die Nerven. Sie hatte satt, die ganze künstliche Farbenpracht jede Woche einmal abzustauben und außerdem hatte sie tags zuvor einen Mann kennengelernt, der über die Zauberei mit Ballons und Blumen nur heimisch gelacht hatte. Komm zu mir, wenn du einmal traurig bist, hatte er zu ihr gesagt. Ich werde dir ganz andere Sachen zeigen. Als ihr Mann an diesem Abend ihr nachdenkliches Gesicht mit seinen bunten Luftballons aufheitern wollte, schließe ihn an. Er soll sie Ruhe lassen. Dann stößte sie aus dem Haus und ging zu einem anderen. Weinen erzählte sie ihm von der Auseinandersetzung. Doch während ihr die Tränen aus den Augen rannen, murmelte der Mann einige seltsame Laute und stich ihr mit den Händen über die Augen. Unter den zarten Berührungen verwandelten sich die Tränen in glitzernde kleine Steine, die in sich die Farben des Regenbogens trugen. Die junge Frau war darüber so erstaunt und freudig erregt, dass sie auf der Stelle alle Tränen vergaß und nur noch die herrlichen Steine anstarrte. Bleib bei mir, flüsterte der Mann. Ich werde deine Tränen in kleine Kostbarkeiten verwandeln. Bei mir wirst du nie mehr traurig sein. Und die Frau blieb bei ihm. Immer wenn sie traurig war und weinte, festte sich der Mann zu ihr, mummelte seltsame Beschwörungslaute, Stiche über die Augen und verwandelte alle Tränen in funkelnde Perlen und Steine. Der Frau gefiel in diese Kostbarkeiten so sehr, dass sie manchmal sogar weinte, ohne überhaupt traurig zu sein. Sie konnte sicher sein, dass jeder ihrer Tränen verwandelt wurde, noch bevor sie über die Wangen rollen konnte. Mit der Zeit jedoch spürte sie, dass ihr die Perlen nicht mehr genügten. Oft war sie nämlich traurig, ohne weinen zu können. Und dann konnte ihr der Mann keinen Trost geben. Manchmal wünschte sie sich dann zurück zu jenem Mann, der diese schönen, bunten Luftballons hatte zaubern können. Fast wäre sie eines Tages auch zu ihm zurückgekehrt. Doch da lernte sie einen Mann kennen, der sie so sehr beeindruckte, dass sie es sofort beeindruckte. Bis so oft war sie traurig, ohne den Grund zu wissen. Dieser Mann saß ihr sofort an. Ohne ein Wort zu sagen, bewegten sich seine Hände armmundig fließend in ihre Richtung. Im Rhythmus dieser Bewegungen spürte die Frau plötzlich, dass sie warm und immer leichter wurde. Schwerelos wie eine feine Feder im Sommerwind begann sie zu schweben. Dieses Gefühl war so schön, so leicht und behütet, dass sie sofort alle Traurigkeit vergab. Es war, als würde sie ihrem Kummer einfach davonfliegen. Dies war genau das Gefühl, das sie immer gesucht hatte. War sie traurig, blickte ihr der Mann in die Augen, hielt seine Hände in ihrer Dichtung und ließ diese anmutig tanzen. Im Zauber dieser Bewegungen begann die Frau zu schweben. Die Beine lösten sich vom Boden. Ihr Körper wurde leicht und schwach, fast willenlos. Das Gefühl war so herrlich, dass sich die Frau sehr oft wünschte, schweben zu dürfen. Der Mann erfüllte ihr diesen Wunsch nur allzu gern. War er doch glücklich, wenn die junge Frau im Takt seiner Arme zur Melodie seine Hände über dem Boden schwebte. Eines Tages jedoch war die Frau wütend auf den Mann. Sie hatte lange auf ihn warten müssen und insgeheim vermutete sie, dass er wohl in der Lage war, auch andere junge Frauen schweben zu lassen. Als sie ihn jedoch zur Rede stellen wollte, öffnete er seine Hände und begann mit den zauberhaften Bewegungen. Ohne dass die Frau sich dagegen wehren konnte, erhob sie sich sachte in die Luft, fühlte sich hierflos und ohne Willen. Sie wollte schreien, aber kein Ton kam aus ihrem Mund. Sie wollte weinen, aber dies hatte sie schon lange verlernt. Sie wollte bitten, aber sie wusste nicht mehr, was das ist. Nur ein gequältes Lächeln gelang ihr. Daraufhin ließ der Mann sie wieder auf dem Boden sinken. Ohne ein Wort stürzte die junge Frau aus dem Haus. Erst in einem nahen Park verlangsamte sie ihren hastigen Lauf. Abgekämpft und zwar verzweifelt, ließ sie sich auf eine Bank sinken, schlug die Hände vors Gesicht und schluchzte in ihren Körper hinein. Als sie schließlich aufblickte, erschrak sie, neben ihr auf der Bank saß ein Mann im nächtlichen Dunkel und schaute sie unverwandt an. Er sagte nichts. Die junge Frau wurde unruhig, aber auch springen und davonlaufen, das wollte sie nicht. Außerdem war etwas im Blick des fremden Mannes, das sie festhielt. Und irgendwann fing sie an zu reden. Der erzählte von einem Mann mit den Luftballons, von ihren Tränen, die zu Perlen wurden und von einem furchtbar schönen Gefühl zu schweben. Und dann begann sie zu weinen, salzige Tränen der Hoffnungslosigkeit und warme Tränen der Erleichterung. Der Mann sah schweigend neben ihr, sah sie einfach nur an, mit warmen, verstehendem Blick und mit Augen voller Kraft. Erst als sie ausgeweint hatte, bot er ihr seine Hand. Zögernd legte sie ihre Hand in die Seine. Ihre Finger berührten sich, fassten Vertrauen zueinander und hielten sich fest. Je länger und fester sich ihre Hände hielten, umso sicherer wusste die Frau, dass sie keine Luftballons brauchte und keine verwandelten Tränen. Sie wollte mit den Beinen auf dem Boden stehen und eine solche Hand, die einfach nur da war und warm war und fest war. Ohne ein Wort zu sagen, standen die beiden plötzlich auf und gingen weiter den verschlungenen Weg in den nächtlichen Park hinein. Ich hoffe, euch hat dieses Märchen genauso gut gefallen wie mir. Alles Gute, Lieben. Tschüss.